hallo herzlich willkommen zu einer weiteren frage in unserer jommler fragerunde und eine der frage war wie kann ich hier zum beispiel die farbe von zum menü hintergrund oder von einem seite hintergrund ändern die einfache antwort ist das hängt davon ab was quasi mein template mehr erweitert und wir gehen mal hier auf erweiterung und templates und wir haben jetzt hier mal standardmäßig das joom spirit 134 eingeblendet das haben wir hier in dem gelben stern und da klicke ich mal hier drauf und jetzt hängt es natürlich ab was das template mir als ja ich sage mal als möglichkeit bietet und da gibt es dann hier zum beispiel einen punkt menü header und da kann ich hier quasi direkt die farbe für die webseite ändern im augenblick ist ja so ein grün drin hier haben wir für den slogan die farbe haben wir das main menü da können wir quasi die farbe ändern machen wir hier die background farbe für den menüpunkt machen wir den mal hier auf orange ja hier so ein helles orange und das ist das was mir das template hier bietet ich gehe mal auf speichern und dann können wir hier noch mal auf unsere auf unserer seite drauf gehen und jetzt haben wir hier quasi die hintergrundfarbe von unserem von unserem aktiven menüpunkt geändert wenn hier jetzt nicht mehr angezeigt wird was ich hier ändern kann dann kann ich eigentlich nur noch direkt ins css reingehen und wir kommen direkt an das css ran also ich gehe hier wieder auf template auf erweiterungen templates kriegt dann hier die template liste angezeigt bin dann hier auch im bereich stile und wenn ich jetzt hier quasi unter template auf den link drauf klickt dann komme ich quasi auf die ordnerstruktur von meinem template jetzt gibt es hier einen css ordner und dann kann ich jetzt quasi hier normalerweise gibt es das template css es kann ja mal aufrufen schauen wir uns das mal an das wird jetzt quasi hier in den detour geladen und da sehen wir hier quasi die ganze klasse die benutzt wurde oder die benutzt werden von unserem template jetzt kann ich hier quasi auch was reinschreiben kann das verändern ich würde es dann im fall nur auf meiner lokale installation mache dort anpassen und dann quasi die dateien per ftp austauschen für schnelle änderungen kann man es auch mal hier eintragen aber wie gesagt wenn man hier was ändert muss man wissen was man macht vor allem muss man auch wissen was man ändern muss da gibt es jetzt einen trick wenn ich das nicht weiß also ich benutze jetzt hier den chrome und da kann ich mit f12 kann ich mir die entwickler tools anzeigen lassen und das sehe ich jetzt quasi hier dann meine ganze css codes und da gibt es hier noch den inspektor und da kann ich zum beispiel mit dem inspektor hier drauf fahren kriegt dann jetzt quasi hier die klasse angezeigt so da klicken wir mal hier drauf das ist hier quasi div class klappen wir den mal weiter auf so mal gucken was es hier noch gibt hier gibt es die seite vom logo also ich muss quasi schon hier auf den drauf sei das ist die id website header wenn ich jetzt hier drauf klickt kann ich jetzt hier quasi eine border color vergeben und ich habe hier eine background color die kann ich jetzt mal ändern macht jetzt zum beispiel mal dunkelrot oder machen wir die mal hellgrau zum beispiel da kann ich jetzt hier reinscheren das ist auch die farbe ändern so und jetzt muss ich hier quasi noch der id oder noch der klasse gucke website header gehe praktisch hier zurück und muss jetzt hier quasi das ganze durchsuchen nach website header und dann entsprechend hier den wert der schon mit eingetragen mit der background color auf weiß muss den dann hier dann in grau umwandeln ich rate eigentlich von solche änderungen ab weil wenn es von dem template ein update gibt dann werden diese änderungen ein überschrieben es gibt notfalls noch die möglichkeit hier über die kasten css die wird quasi importiert und jetzt kann man hier quasi eine klasse in dem man die hier anfügt kann man die quasi in dem hauptemplate überschreiben das ist dann die bessere lösung weil im normalfall wird die kasten css da wird vorher gefragt im normalfall ob die überschrieben werden soll bzw dass man sich vorher den inhalt von der kasten css sichert und dann habe ich halt in einer datei alle änderungen zusammengefasst wenn ich hier in der große template css eine änderungen mache dann bin ich hier an vielleicht 10 20 stelle wo ich was ändern muss und das weiß ich nach ein paar monate weiß ich das dann heute nicht mehr was ich wann wo geändert habe und dann habe ich ein problem dass ich dann später nicht mehr weiß was ich bei ihrem update alles zurück ändern oder zurücksichern muss also soviel zu den template änderungen bei dem template 134 von schum spirit